hallo und herzchen kommen wieder zurück zu einer weiteren folge von it takes two wir haben jetzt den ja ich sag mal den kistenwahnsinn hinter uns ja komm die platte wurde aber ganz schön eng aber um das ganze jetzt würde zu ok das war springer das ganze jetzt noch bis abzukürzen lassen ist noch dabei der noch weiter mit mir ich bin zu weit gesprungen muss ich einfach dinge drüge kraft das von der perspektive gerade netzer jetzt aber die lexpläger die töten müssen ach falls das noch nicht herausgefunden hat bin ich schon froh dass du mir das gerade gesagt hast ja ich dachte wir können uns ja nicht mehr nur ärger wir müssen uns aber mitteilen was hier ab geht naja das soll ja kollaborieren die kollaboration ja ich krieg das von der perspektive irgendwie netzer das ist leider zum glück muss ich nur ich springe und er springt automatisch überdruft wenn ich du jetzt noch ziele müsst und kram ist damit ist ganz rum meinst du also wir morgen noch nicht so was willst du von mir haben gerät wir müssen gleichzeitig fahren und dann oben knopfen ich versuch es noch mal so Juhu hat funktioniert Äh falsche Knopf Ich nehm dann die dritte Seite Das wird gleich so ekelhaft bestimmt Okay das ging gerade noch so Wutte Warum häng ich noch da dran Ich kann nicht springen nix, was ist denn da los Ab doch Jetzt Ich drück Achso Ich stehe auf einer Schaufel, die hält das Gewicht wahrscheinlich nicht aus Puh Mei, schau, deine alten Binokulier Wahnsinn, wir finden Rose Oh, Rose? Äh, ja, wir müssen sie finden Oh, ja, ich weiß, wir seien wie Tolles, aber wir sind eigentlich ihre Eltern Ich weiß, wer du bist Oh, nichts escapes my lenses Look Wait, in here? All right, okay Um Let's see Uh Huh Oh 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 I look dead Am I dead? Am I dead? You're not dead What? What's going on? Oh no No What's the matter with us? What's the matter with us? All I know is that Rose sat down there with her dolls and then you two came alive Just like that? You didn't see anything else? Well, there was one unusual thing Why? What happened? She was crying Oh I know Quite unusual for Rose But I am a hundred percent sure Because I could see her tears falling onto the dolls Tears falling onto the dolls Oh Oh Wait a minute I know what happened It's a spell Ridiculous Cody We've got to apply logic May Okay We are having a conversation with a pair of binoculars There is no logic in that For the sake I don't even believe in spells Okay, well did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly It had to be the tears It was a spell I am telling you So, if it is a spell, how do we break it? Okay, I got this Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space, I need to think Okay, so, if the spell was cast through her tears, then in order to break it Oh In order to break it, we have to reverse it through her tears Boom! Right Okay, we basically have to find her and make her cry on us again Really? Mm-hmm Okay Okay Fine Okay Do you know where to find her, Miss Binoculars? No She's in her room Go on Okay Thanks Come on, mate Oh, but how do we get to her room from here? Easy, we just climb the tree Ah, yeah We climb the tree Yeah, we climb the tree Yeah, clear We krabblen auf der Baum What? You're never gonna make that jump Yeah? Watch me Yeah Yeah Oh, God damn it How do we throw up birds? Whoa Come on over Well, throw us the rope, it's too far Good We're there is love, not distance, is too far Was haben wir, Seile? Spider-Man! Spider-Man! Und der Stippe dran tut es. Ja, weil ich die Knopfhörer für Balle Ach, Demon Ja, bitte Jump'n'Run und so Ja, und? Ausreden Du stinkst Oh, Alter Ich war einmal im Leben umgeduscht Ich habe Rose gesagt, ich habe das nicht gemacht, wenn ich ein Kind war Du bist der schuldige Komm, wir müssen wir in den Garten gucken Da geht es auch noch runter, aber das ist auch ein schöner Ausblick Hallo, Garten Oh, hier ist noch was Juuuuh, Flieger fliegen Habt ihr gesehen? Ja Kommt uns weiter Wo bist du nicht mitgeflogen? Ich bin eigentlich losgeworden Äh, nee Oh, ich weiß was kommt, ich liebe es Springer Ich kommt, dein Lieblingstir Oh, ein Scheinchen Ein Scheinchen Zuhu Ah ja, wie war das? Der Demon-Wöhrer. Ja. Der ist tot. Oh nein. Ich glaube, ob der Flieger weh fliegen. Alle, hopp. Hier geht's. Warum hat es nicht gereicht? Das war doch... Du warst doch nicht in Reichweite. Ah, okay. Ich habe nur gewisse Reichweite. Das wundert mich ein bisschen. Du musst flitzen, um da hinzukommen. Ah, ja. Okay, das hatte man schon mal. Jetzt hast du. Ah. Ah, na. Ich habe noch einen Weg. Ich verstehe mich. Ich verstehe mich. Ich verstehe mich. Ah, ich verstehe mich. Wohooo. Wohooo. Boink. Wohooo. Ich bin ein Super-Hero mit einem Rope. Du bist ein Clay-Mann mit einem Rope. Ja, beware... ... das Clay-Mann. Ist das unser Pop-Lit? Was ist das hier? Ah, das ist hier eine Tür. Eine Tür. Ja, aber was ist hier? Was ist hier? Wer ist hier? Keiner? Wir kommen in peace. Wir versuchen zu kommen. Die Tür? Was ist hier? Wir haben noch Zeit für das. Ist das eine Tür oder nicht? Ja. Ich habe gesagt, das war eine gute Idee. Das ist nicht hilfreich. Komm schon,助 ich mich. Das ist nicht hilfreich. Es ist zu schwer. Warum das Glas? Well, zumindest können wir es durch. Oh, das ist großartig, Mei. Wir sind in der Tür. Aber die Tür ist großartig. Dad? Dad, ich muss Ihnen etwas sagen. Es ist wichtig. Haben Sie gehört von diesem Buch? Von Dr. Hakim. Nein. Er sagt, es ist wichtig, sich zu verabschieden. Weil dann kannst du wieder Freunde werden. Wenn du willst, kannst du das Buch kaufen. Okay. Okay. Du bist beschäftigt. Sorry. Hm. Ich meine auch, wenn man schon mal durchgespielt hat, ist es trotzdem traurig. Ja. Cody, bist du okay? Ja. Ich bin besser, aber ich bin okay. Are you working for the wasps? What? The wasps? Don't play dumb. Did they send you here to kill us? What? To kill you? No. We're not working for any wasps. We'll see whose side you're on. Pull a switch. You got it, Chief. Oh, get away, get away, get away, get away! Mm-hmm. Boss, it doesn't look like they're on the wasps team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Yeah. Let's find out. Abort. You okay? Yeah. You? Yeah. Just about. That was terrible. Horrendous. Hey! 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 Hey there, Mr. Big Squirrel. Wow. So, you want to get to the house? Yes. Yes? We can get you there. Really? You... That's very, um... On one condition. What do you mean? Follow me. Come on. General Hörnchen. Come on, Cody. Come on. General Hörnchen? Mm-hmm. That super Hörnchen, that gross Hörnchen? Yeah. Big Boss Hörnchen. Wow! They must be real hoarders. Hey! Mate! That's our remote control! They stole it! Those sneaky rodents! Look! I found me photos! What could they want with those? I don't know. We look good. Hey! That's my underwear! Hardly a loss. Haha. Haha. Jenny is klar. Used to. Enemy alert! The wasps have evaded our tree. Wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those crazy creatures. You nuts! No. No offense. Don't worry. You'll just survive too. Against a whole swarm of them. Surely we'll die. That's why you're going to need things. My latest in cyber hastenut technology. The Treesap Apshai Key 57. Oh. Combined with a Drill Baza X-200. Boom! There's one more. We sent in an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and so on. So. Kill the wasps. And the agent in the robot will help you get to the house. Understood? Ah, yeah. Sure. But isn't there a more civilized way than we can- Woo! Hm. Schon geht's los, huh? Jo. Okay, lange Rede. I really don't want to help you kill Johnny wasps. Jawoll. Für die Haselnuss. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, yeah. Fine, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me. That was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. Gah! You know what? I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. Hmm. Ah! May? May? What now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. You mean these homemade squirrel DIY drill buzzer cap shanky things? You saw how powerful they are. Let's drill buzz. Ah, yeah. Oh, I have a murder. 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 Yeah, but it's a murder. Yeah, that's true. It's all right, sir. Haha! I have a murder. I have a murder. What you listen to is another one of my latest hazelnut's experiences. You'll find them at the G-CG Point. Huh? Huh? Oh, yeah. Oh, I can't do that. Oh, I can do that. Oh, I can do that. Oh, I'm sure I can do this. This is a portal? были озworn me in the west. Ryan, go to the west. Yeah, that's what I'm sure, but... I can do that, but... I can do that. Oh, that's what I've noticed. It's been a movie, but let's get a movie. Hey, hey, hey! Hey, nicht kleben. Kleben ist doof. Klebst du denn da drin? Ne. Probierst du raus? Kleb mich ein. Hat da nicht so wohl funktioniert. Kann ich das irgendwo oben festkleben? Ich geh mal davon aus, ich muss da unten vorschießen, oder? Ich kann das für dich sagen. Du musst da hinten schießen. Hm. Äh. Gibt's hier noch irgendwo was? Wir hätten auch kein Minispiel gefunden, hab ich grad so das Gefühl. Ne. Ne. Ich hab auch tatsächlich mal geguckt, ich hab tatsächlich auch gar nicht überhaupt... Also, das letzte mal hatte ich alle gespielt. Da fehlten echt einige. Ich glaub, du musst das hier vorne mit. Das hier war noch gut. Ja, Spitze. Ich probier's noch nicht. Das war bereit. Ja. 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 Ich warte auf dich. Wo ist der Kleider? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich strausspringen? Äh. Ich muss das nicht hier hochdrehen. Ja. Das war mir schon irgendwo klar, aber... Ah. Guck mal an. Das macht mehr Sinn. Äh. Ah. Das macht mehr Sinn. Äh. Das? Das war mir gern im Tablet. Ho broughtим. Okay. Meint. Aufhhhh. Ungemäß. Bei uns. In der Foto. Mach den weckonokall. Dieventil кто ist für euch der fixinglockreifen. Aber da jazz. Dieventil ähm. Das war Moritz. Was heißt Miserfangott? Ach, ja. Vertrausüber, ne? Also ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss das manchmal machen. Oh, ja, oh ja. Oh ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, ja. Manchmal weiß der Demon ja auch was. Was? Ja, was. Genau, was weiß er. Gerücht. Du riechst, ach, das stimmt. Warum bleibt das jetzt in der Trauhränge? Vielleicht, weil das ein Klebzeug ist. Irgendwo Farblöser oder so. Es hallig viel Gerücht. Warum sollte ich das drehen? Du musst dagegen sprengen. Ich muss sich hier hochballern. Ach doch, gut. Festhalten. Oh, nein. Drehen. Gedreht. Dankeschön. Nuss mal dein Körpergewicht aus. Was zum Fick ist das hier? Guck mal, guck mal nach links. Guck mal nach links. Ja, ja. Okay, jetzt guck ich da. Er ist schon recht, schon recht, schon recht. Sie experimentieren an einem Acorn. Sie sind wirklich Nuss. Guck mal, da sind die Hälfte in der Köln. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder an alle beteiligt und bis zu sehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Haut rein, genießt den Tag und tschüss. 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 Tschüss.